Hallo und herzlich willkommen bei 5002Moon. Schön, dass ihr euer Raumschiff auch heute wieder auf meinem Channel gelandet habt. 5002Moon, der Channel für Lego Reselling, Bricklink und was ich in Bricklink so treibe, aber hauptsächlich mein Tagebuch, wie ich versuche, aus 500 Franken eine Omega Speedmaster Dark Side of the Moon zu ertraden. Ganz genau, diese Videos dienen hauptsächlich mir und auch euch Zuschauern dazu, meinen Progress zu zeigen, wie ich versuche, mit 500 Franken Startkapital, das ich mal hatte, immer mehr und mehr aufzubauen, einen Bricklink-Shop aufzuziehen und Reselling zu betreiben, bis ich irgendwann das Geld zusammen habe für eine Omega Speedmaster Uhr. Ich erkläre das ab und zu mal, weil wieder neue Zuschauer auf den Kanal kommen, so auch diese und letzte Woche hatte ich wieder ein, zwei Zuschauer, die mal neu auf den Kanal gekommen sind oder wenn ich wieder Werbung mache für den Kanal in gewissen Foren, damit die Leute ein bisschen wissen, um was es hier geht. Und was in dieser Woche, also es ist eine Woche und einen Tag, weil heute schon wieder Dienstag, abgegangen ist, unglaublich, ich kann es selbst nicht glauben, also von Sommerloch überhaupt nichts zu spüren. Es ist die Wochenrückschau von der Kalenderwoche 31 und wir haben heute den 30. Juli 2024. Heute war es richtig heiß, besser gesagt immer noch hier im Lager und ich bin im oberen Stock, nicht so gut isoliert, also richtig brennend heiß. Also wenn ich heute ein bisschen durchdrehe oder nicht mehr ganz genau weiss, was ich sage, ich gebe einfach der Hitze die Schuld. Oder was alles Verrücktes passiert ist in der Woche mit Bricklink. So etwas habe ich, glaube ich, seit ich Bricklink mache, wirklich noch nie erlebt oder ich mag mich nicht mehr daran erinnern. Ich würde sagen, wir starten mit den News. News gibt es nicht sehr viele. Was ich vielleicht erwähnen kann in den News, ich habe fünf Kleinteile-Magazine, diese Aldi und Lidl-Magazine getauscht. Ich hatte die immer noch original verpackt und einer von den beiden von Brickstore Zürich, der mir ja den Johnson Shop verkauft hat, hat jetzt wieder angefangen selber mit Einzelteilen und zwar ziemlich flott ist der jetzt dran. Also der will wieder richtig reinsteigen in die ganze Bricklink-Geschichte und der braucht ziemlich schnell Magazine. Dann habe ich ihm diese fünf Kleinteile-Magazine gegeben und hat mir gesagt, ja, ich bringe die dann retour, wenn ich selber wieder einmal bei Lidl einkaufen kann oder bei Aldi. Aber ich wollte von ihm Sechser-Trenner für meine kleinen Mini-Schublädchen, also für die Schublädchen, nicht Mini-Schublädchen, aber für die Schublädchen von diesem Kleinteile-Magazin. Und er hat mir die an der CNC-Maschine gefräst aus Babatex und so haben wir gleich einen Tausch gemacht. Ich habe 150 von diesen Sechser-Trennern bekommen. Er hat von mir fünf von diesen Kleinteile-Magazinen bekommen. Ich werde das nicht als Transaktion ein- und ausbuchen, als Verkauf von Magazinen und Einkauf von Trennern. Ich glaube, das können wir verkraften, wenn wir hier einfach einen Tausch machen. Diese Magazine habe ich sicher irgendwo mal als Ausgabe eingegeben, das ist klar, aber den Verkauf werde ich jetzt nicht als Einnahme deklarieren, genauso wie ich den Kauf von diesen 150 Trennern nicht als Ausgabe deklariere. Ich glaube, so einen kleinen Tausch kann man verkraften. Und dann, was verrücktes passiert ist, ein kleiner Anteaser nachher auf die Einnahmen. Also ganz, ganz, ganz so extrem ist es nicht, dass ich habe nicht meinen ganzen Shop verkauft. Und nein, ich spoilere mal, ich kann mir auch nicht diese Woche noch eine Omega holen und auch nicht nächste Woche und vermutlich auch nicht nächsten Monat. Das geht noch einige Jahre, denke ich. Aber trotzdem ein bisschen verrückt. Und zwar hatte ich Bestellungen seit letztem Samstag, acht Bestellungen. Und das ist richtig krass. Also es sind immer zwei Bestellungen pro Tag und eine davon war dann noch richtig heftig. Und der kleine Teaser, bevor ich dann in Bricklink einsteige, ich habe in diesen acht Bestellungen, sprich drei bis vier Tagen, 354 Lots verkauft und 1380 Teile. Ja, für acht Bestellungen klingt jetzt das nicht verrückt, aber eine Bestellung hatte 900 Teile. Und ja, die fertig zu kriegen war doch eine Herkulesaufgabe. Gestern war ich bis halb zwölf dran. Daher war auch gestern keine Zeit mehr für eine Wochenrückschau. Und heute ab sechs Uhr war ich wieder dran, bis ich gearbeiten musste. Und über den Mittag in der Mittagspause und dann war das Paket endlich fertig. Aber andere Bestellungen standen dann auch noch an. Die habe ich jetzt heute Abend fertig gemacht und per Stand jetzt Aufnahme des Videos. Ungefähr neun Uhr heute Abend sind alle Bestellungen verpackt. Einen Moment lang habe ich gedacht, verrückt, aber natürlich habe ich mich trotzdem gefreut, auch wenn es ein bisschen ein Stress war, das Ganze einzupacken. Natürlich macht mir das immer noch Freude oder ist es cool, mal so eine grosse Bestellungen zu haben. Heidebricks zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, der Heidebricks. Hallo Heidebricks. Hoi. Ja, eben der zum Beispiel. Zum Beispiel Heidebricks hat ja immer mal so grosse Bestellungen, wenn man bei ihm reinschaut. Er kommt schnell mal an so 1000 Teile Bestellungen, würde ich sagen. Es waren halt auch relativ viele Lots. Ich habe jetzt nicht mehr auswendig im Kopf, wie viele Lots in der Bestellung waren, aber von diesen 354 waren es, glaube ich, 260 Lots alleine in der einen Bestellung. Also wirklich einen riesen Haufen an Bechern mit den einzelnen Lots. Steigen wir rein in das Gelaber um die Bricklink-Sachen, Käufe, Verkäufe, Einnahmen, Ausgaben und so weiter. Ich gehe relativ schnell jetzt durch, weil ich habe heute noch anderes vor wie nur das Video. Jetzt für den 1. August ist der Nationalfeiertag in der Schweiz. Da muss ich noch den Gasgrill, das neue Gas anschliessen und so weiter. Vieles vorbereiten noch für den Nationalfeiertag. Und von daher werde ich jetzt vermutlich zügig durchgehen. Es gibt auch nicht mehr wahnsinnig viel zu erzählen zu den einzelnen Posten. Und ich starte mit Bricklink. Ich habe im Moment 66.557 Steine in Bricklink. Das ist ein wenig unter dem Rekord ungefähr, ich sage ungefähr 100 Steine. Ich glaube nicht einmal ganz 100 Steine. Und von daher bin ich noch gut dabei, trotzdem, dass ich so viel verkauft habe. Lotz bin ich mit 7.617 sogar über dem Rekord von letzter Woche. Also da konnte ich noch eine Schippe rauflegen. Da habe ich aber natürlich am Wochenende und auch in den letzten zwei Tagen nichts mehr hochgeladen. Werde ich dann ab morgen vermutlich wieder machen. Ich bin in der Schweiz auf Platz 27. Also ich konnte mich immer noch relativ gut auf den Plätzen halten. Wobei ich muss sagen, es sind momentan auch nur 200 aktive Stores offen. Das sind noch einmal drei weniger als letzte Woche. Ich denke sehr viele Stores jetzt in den Ferien. Der Rekord an Bricklink-Stores in der Schweiz war ja mal 215. Verkäufe auf Riccardo. 1465, gleich viele letzte Woche. Also Riccardo im Moment komplett tot. Ich weiss nicht, straft mich Riccardo hier ab, weil ich nichts mehr uploade? Werde ich nicht mehr so viel vorgeschlagen? Gibt es tatsächlich diesen Algorithmus, dass man immer wieder mal etwas uploaden muss, damit man unten auch in den Zeilen als Vorschlag von Riccardo vorgeschlagen wird, weil im Moment Riccardo wirklich absolut tote Hose. 1195 positive Bewertung. Das ist noch eine mehr als letzte Woche. Da ist irgendjemand noch hinterhergekommen. Also in der Schweiz sagt man Schnee von gestern von einer alten Bestellung. Vor ein, zwei Monaten hat jemand gemerkt, da müsste ich noch bewerten. Habe ich noch die Bewertung bekommen? Ist cool, eine positive Bewertung freut mich natürlich. Jede positive Bewertung ist cool. Aber ja, da ist gar nichts gelaufen. Freies Kapital am Anfang der letzten Woche. Ich hatte 116,20 Franken auf dem Konto und nicht wirklich viel. Also das gibt nicht Luft, um grosse Sprünge zu machen. Und somit kommen wir zu den Einnahmen. Alle Preise brutto. Ich habe 1,15 Franken eingenommen vom Schweizer Dividenden ETF. Irgendwie Kapital, oder nein, das war glaube ich schon Dividenden. Ich glaube noch einmal eine Dividendenzahlung. Coole Sache, den Franken 15. Also ihr seht, mit Dividenden passives Einkommen generieren. Eine coole Sache. Hatte ich ja im letzten Video schon erwähnt, letzte Woche, dass das gekommen ist, aber nicht mehr in die Wochenrückschau reinpasste. Und daher ist es diese Woche drin. Und dann Bricklink und Brickhole. Wobei Brickhole hatte ich keine Verkäufe, nur Bricklink. Alle Einnahmen von allen Bricklink-Transaktionen seit der letzten Wochenrückschau 218,40 Franken. Und davon war eine Bestellung 61 Franken inklusive den Porto. Das war eben diese Riesenbestellungen. Aber ja, finde ich richtig cool. 218 Franken in einer Woche. Wenn man das so beibehalten könnte. 800 Franken Umsatz im Monat. Da wäre ich echt zufrieden. Wobei, dann artet es schon bald in Stress aus, muss ich sagen. Aber ja, das könnt ihr mir vorstellen. Also das schmeckt. 800 Franken Umsatz im Monat mit Bricklink. Das könnte ich mir gefallen lassen. Also ihr dürft es sicher gerne weiterhin so bestellen, wie bisher. Da habe ich absolut nichts dagegen. Und ich werde versuchen, das auch zu steigern. Ich will ja noch den ganzen restlichen Job hochladen. Und da kommen noch einige Teile. Also das kann schon sein, dass in nächster Zeit noch einmal ein paar Mal solche Bestellungen reinkommen. Ausgaben hatte ich auch ein wenig. 65 Franken habe ich ausgegeben für den Flohmarkt am 8. September. Ich gehe wieder nach Oberglatt an den Flohmarkt, an den Hallenflohmarkt. Gerne dürft ihr mich da besuchen. Letztes Mal haben wir ja da die Bricklink-Verkäufer-WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen, weil einige Bricklink-Händler ja dort waren. Ich glaube, vier oder fünf waren schlussendlich verteilt auf den ganzen Tag. Wobei an einem Punkt, glaube ich, sogar zwei oder drei Bricklink-Händler auf einmal da waren. Gerne wieder vorbeikommen, 8. September. Ich werde das dann schon noch ein-, zweimal erwähnen. Wäre cool, wenn man so ein kleines Treffen dort machen könnte. Und ich glaube, wenn ich jetzt bis da nicht noch alles verkaufe, habe ich einige Waren dort am Start. Und ich vermute, ich werde nächstes Mal wirklich nur noch einen reinen Lego-Stand machen. Eventuell, ich weiss es noch nicht genau, ein paar Sachen wirklich noch für den Abverkauf. Und dann bald wirklich nur noch rein Lego, weil im Moment habe ich so viele komplette gebrauchte Sets. So viele neue Sets auch, die sich immer mehr stapeln. Wie zum Beispiel auch dieses Shanghai hier, dann ein Star Wars Set. Das ist alles noch gar nicht in Ricardo drin, weil ich einfach nicht dazukomme, weil ich immer wieder Shop-Uploads mache. Und diese Sachen, dann kommen dann alle mit an den Flohmarkten. Dann hoffe ich, dass dort das gesamte Zeug vom Sommer am Flohmarkt ein wenig weggeht. Investitionen. Der Swisscoin steht bei 248,90. Das sind zehn Rappen mehr als letzte Woche. Ich bezahle jetzt auch immer ganz, ganz fleissig mit der Kreditkarte meine Porto-Gebühren, dass ich möglichst viele Swisscoins aufstecken kann. Dann ist der Schweizer Dividenden-ETF fast auf einem Allzeithoch. Habe ich heute gesehen, irgendwie 163 Franken pro ETF. Macht bei mir einen Gesamtwert von 816,60 Franken. Das ist 61,90 Franken mehr als das ich sie gekauft habe. Also sprich, mein Gesamtanlagevermögen im Moment 1065,70 Franken. Freies Kapital und Gesamtkapital. Das freie Kapital stand heute 242 Franken. Immer noch nicht so wahnsinnig toll, also immer noch für mich zu wenig, weil jetzt ist dann morgen der 31. Sprich, es kommen wieder Paypal-Gebühren und es kommen wieder Porto. Die Porto-Rechnung kommt wieder und da wird das meiste von dem Geld dann wieder weg sein für Porto und Paypal. Und Ricardo hat auch noch die Gebühren geschickt. Wobei, sehr viel kann das nicht sein, da ich fast keine Verkäufe mehr hatte. Aber auch die 10 Franken, ja, fehlen dann irgendwo wieder. Dann haben wir ein Gesamtkapital, genau, das habe ich noch nicht vorgelesen, von 1.307,70 Franken. Die Restschuld beim Brickstore-Zürich-Team, immer noch 1.100 Franken. Ich glaube, das war letzte Woche schon so, da habe ich noch nichts zurückbezahlt. Je nachdem, wie hoch das alle Gebühren ausfallen, jetzt Ende Monat, und wie viele Verkäufe das noch kommen in den nächsten Tagen, werde ich sicher in der nächsten Woche wieder etwas versuchen zurückzuzahlen, so dass ich vielleicht sogar unter 1.000 Franken kommen würde. Dann habe ich den Excel-Lagerwert nicht ausgerechnet und der Bricklink-Verkaufswert 8.830 Franken. Das sind immerhin 18 Franken mehr als letzte Woche, obwohl so viele Teile raus sind. Aber offensichtlich habe ich teurere Teile hochgeladen als verkauft. Was habe ich die letzte Woche alles gearbeitet? Noch die Rückschau und die Wochen Ausschau. Hauptsächlich als Sachen hochgeladen auf Bricklink und gepackt. Gepackt, gepackt, gepackt. Also, ja, übers Wochenende und nach dem Wochenende. Also hauptsächlich nach dem Wochenende gestern und heute wirklich gepackt, gepackt, gepackt. Und für die ganz grosse Bestellung habe ich das Lappi-Tool verwendet von Oswald. Der ist im deutschen Discord für Bricklink-Händler drin. Er hat ein Tool entwickelt, damit man eigentlich schneller die Teile suchen kann mit einer visuellen Unterstützung am Computer. Und das funktioniert richtig gut, das Lappi-Tool. Mit dem habe ich dann die grosse Bestellung relativ flott auch rausgesucht, aber halt alle Teile alles einschweissen in diese Lego-Säcke. Braucht halt enorm viel Zeit, aber den Anspruch erhebe ich halt an mich, dass ich wirklich Lots um Lots so einschweisse. Wobei ich bei der ganz grossen Bestellung bei einzelnen Lots, wo wirklich immer nur ein Teil dabei war, fünf bis zehn Einzelteile in einen Sack gegeben habe. Was möchte ich alles diese Woche noch machen? Ich weiss nicht, wie viel ich diese Woche noch mache. Heute nichts mehr. Nach der Wochenrückschau ist finito. Dann wird das System heruntergefahren, nach Hause gegangen, das Video hochgeladen. Viel schneiden werde ich nicht. Auch diese Woche nicht so mit Kapitel und Fancy und Wettbewerb, sondern einfach nur einmal durch und fertig. Weil ich möchte noch ein wenig aufräumen und vorbereiten für den 1. August. Morgen dann schon der Vorabend vom 1. August, wo wir dann frei haben in der Schweiz. Da kommt schon eine Kollegin auf Besuch, also da werde ich sicher nicht mehr grossartig etwas machen. 1. August auch nicht. Nationalfeiertag werde ich frei nehmen. Und dann ist schon wieder Freitag, 2. August. Weiss nicht, was da noch geht. Und am Wochenende bekommen wir einen neuen Hund. Einen Welpen dürfen wir abholen am Samstag. Unser 2. Hund, das erste Mal in meinem Leben, dass ich 2 Hunde habe. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt und auch ein wenig nervös. Also ich weiss nicht, wie viel das dann am Wochenende läuft mit meinem Reselling Store. Also diese Woche ist schon fast gelaufen. Weil am Wochenende werde ich sicher mit dem 2. Hund und dem 1. Hund schauen, wie alles klappt. Eventuell kann ich dann ein wenig abschleichen noch hier ins Lager und eventuell etwas machen für den Job. Und wenn nicht, glaube ich, ist es auch okay, mal ein wenig, wenig eine Auszeit zu nehmen. Brickcare macht das auch ab und zu. Er nimmt sich auch eine Auszeit nach stressigen Zeiten. Eventuell mache ich das diese Woche auch. Und somit habe ich fertig. Ich wünsche euch einen ganz schönen Sommer. Endlich ist er da. Wirklich cool, die Temperaturen im Moment gefällt mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Einen guten Flug. Tschüss zusammen.